So, da sind wir und weiter geht es mit Elden Ring. Um das schlimme Ende, rasende Flamme freizuschalten, müssen wir hier das königliche Hauptstadt, Kathedrale der Verlorenen, ganz ganz unten, hier wo wir Mok das Mahl gelegt haben, den Boss. Also die Hauptstadt, Kanalisation, Katakomben und dann unten hier ist der Boss. Und dann müssen wir hier diese Wand eintreten, dann öffnet die sich. Wir müssen hier lang gehen, da nach unten. Hier gibt es so eine kleine Jump-and-Drumpeinlage. Und zwar, das schaffe ich jetzt eh nicht, ich habe das immer runter. Ich habe das schon ein paar Mal versucht und bin mal gestorben. Weil das ist echt eine ganz üble Geschichte hier. Ich habe mich extra ausgezogen, damit ich auch besser springen kann. Jetzt müssen wir hier irgendwie runter. Das ist echt eine ganz üble Nummer. Ich bin immer schon fast gestorben. Jetzt müssen wir hier da rüber. Jeder Sprung kann das Ende bedeuten. So, da rüber. Dann da rüber. Ah, da ist das echt. Das ist schon eine ganz andere Wand. Das ist nicht viel da hoch. Ja. Hier müssen wir etwas früher abspringen. Boah, das ist knapp. Jetzt müssen wir irgendwie da rüber. Und da ist schon tot. Genau. Das ist echt ganz übel. Okay, ich versuche das jetzt gleich nochmal. Und dann, wenn ich da unten bin. Sage danke und bis gleich. Ciao, ciao. So, da sind wir. Und ich habe es jetzt endlich hier nach unten geschafft. Das war echt eine Aktion. Ich habe es so oft versucht. Und da kommt man hier runter. Und dann findet man hier diesen Ort der Gnade. Direkt erstmal aktivieren. Der Gnade. Der Gnade. So, und dann muss man hier nackig sein. So wie wir das jetzt sind. Und dann einmal hier vorgehen. Weil sonst geht die Tür nicht auf. Wir können das ja vielleicht mal. Oder? Auf jeden Fall geht jetzt die Tür auf. Also müsste die aufgehen. Und so aktiviert man das aller, aller schlimmste Ende. Und so weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Dreifinger Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt sind wir gebranntmarkt Jetzt sind wir gezeichnet So sind wir aus Zack, zack, zack Jetzt gehen wir wieder zurück Zur Zur gespaltene Marika Steinplattform Man kann nur Dieses Ende aktivieren Das rasende Flamme entflachen Genau, dieses schlimme Ende Alle anderen Enden kann man nicht aktivieren Wenn man diesen Schritt gemacht hat Okay Entfachen Ich bin Ich bin Ich bin Das war's für heute. Krass, ne? Krass, ne? Wir legen alles in Schutt und Asche. Alles brennt. Der Boden scharf eingeschaltet. Ja, der rasende Klamme. Cool, Elden Ring. Wir haben's durchgezockt. Da ist er wieder. Hidaka Miyazaki. Sehr cool. Das war das schlimme, schlimme Ende. Ich sage danke und bis dann. Ciao, ciao. Das war's für heute. Boom.